ja hallo hier ist wieder krillow ich heiße euch willkommen zurück zu oxygen not included zum erfolge farmen der große fokus heute das kann ich schon mal sagen wird richtung forschung hier liegen dass wir die atomforschung in gang bekommen am plus wenn was schaffen werden wir auch noch den nächsten unendlichen tank für den wasserstoff bauen und anfangen nach diesem vorbild diesmal werden wir es auch direkt richtig machen ist so wie beim ersten mal jetzt frage ich mich gerade was die hier machen andrea und gerade schnee und bringt den hier nach unten wo wird der denn hingebracht doch noch da dann geht es die rutschstange runter macht da okay dann müssen wir das hier jetzt mal ändern auf doch nur beim aufräumen weil das will ich natürlich nicht dass die von hier den schnee holen und dahin bringen das ist nicht im sinne des erfinders da haben wir andere aufräumen aufträge die ihn definitiv mehr sind machen so was wir hier noch machen wollen bevor wir jetzt hier das ganze in betrieb nehme würde ich ganz gerne noch folgendes machen nämlich im grunde den raum hier fertig bauen dafür machen wir uns hier einmal den zugang nach dort schließen das ab dann können wir das hier ausgraben dann haben wir hier die leuchtkäfer und müssten dann das ganze da noch nach links schießen lassen das ist so die idee dazu was ich hier gerne noch machen würde als ergänzung für das soll bedeuten hier kommt dann gleich wenn wir das gebaut haben noch einen teilchen blitz generator hin wahrscheinlich hier so halbwegs mittig im raum der dann nach links schießen kann und was dann auch nach dort umgeleitet wird die leiter kommt hier dann natürlich noch wieder weg klar ich weiß auch nicht ob das ding hier selber in der nähe dann strahlung verursacht falls ja würde ich den nach wieder weiter nach rechts setzen aber das oder macht das nicht sinn das sowieso direkt zu machen dann gehen wir der gefahr direkt aus dem weg ach so hier wird gerade gebaut okay ich wollte gerade sagen was machen die denn jetzt ach konny kommt hier nicht weg da müssen wir mal bitte jemand schnell eisenerz bringen ich habe mich schon gewundert warum das nicht weiter geht da oben ach das war nicht genug das war immer noch nicht genug das reicht das bringt mich darauf die eisenerz ist da eingestellt wir haben hier unten ja auch noch den ganzen schwung metalle die wir auch noch alle aufbauen lassen können ja mal erstmal nur den den teil das dürfte sicherlich für das meiste schon reichen drucker hat auch schon wieder was sagt die anzahl der pips hier in dem raum wächst auch es sind bislang zwölf das heißt es geht noch mehr und da geht es mir jetzt nicht darum die maximale anzahl an pips darin zu haben sondern ich möchte möglichst wenig haben die so sonst noch irgendwo rumlaufen mit denen doch da ist doch auch einer wollte ich das sagen da ist noch einer an den kommen wir aber glaube ich auch nicht ran momentan dann dürfte das schon ziemlich alles gewesen sein so jetzt ist hier dann naja tatsächlich ist schon ein bisschen strahlung die recht sogar bis dorthin machen wir hier noch mal einen doppelten boden rein also eine habsbohnen die gekocht werden kann du hast du noch einen auftrag habe ich schon drin ok so alles weg da oben dann können wir jetzt dort die leiter zerlegen dann kommt da ein ziegel hin ach so vielleicht sollten wir das hier erstmal alles schließen das war jetzt ehrlich gesagt nicht so im moment eigentlich ist das doch dass das muss schon werden kann ich kriegt jetzt gerade ein bisschen strahlung hier ab so strahlung jetzt machen wir hier den sammler hin hat er braucht er braucht auch glaube ich gar nicht wenig strom 480 watt glaubt das lassen wir erst noch mal das ist mir zu viel gerade dafür haben wir noch keine stromerzeugung die stabil genug ist und wenn wir jetzt uns hier ruckzuck durch unsere ressourcen fressen haben wir da auch nicht viel mit gewonnen so ach von hier es gibt es da auch noch wieder verschmutzten sauerstoff also das scheint ein thema zu bleiben der verschmutzte sauerstoff so dort noch zwei ziegel das dürfte auch schnell erledigt sein dann bauen wir das planetarium habe ich mir überlegt noch mal nach neu wenn wir hier schutzanzüge bauen strahlenschutzanzüge dann müssten wir die ja hier rechts rein bauen und das heißt dann das ding muss da wieder weg so uranerz müssen wir ausgraben das hatten wir ja dort schon gesagt das machen wir mal von hier aus so das ist die pumpe ja so das ist auch in ordnung so gehen wir mal durch also gastechnisch ist nach wie vor gut wasserstoff habe ich zumindest im hinterkopf so temperatur nach wie vor kühlen wenn man sieht dass wir eigentlich so ein paar hitzequellen hier ja durchaus haben auch mit der metallraffinerie weil das alles noch noch sehr kalt selbst der hier ja das also hier ist es nicht wärmer geworden das kann man vielleicht dagegen halten ist es auch nicht kälter geworden aber ja das ist ja jetzt schon fast absurd oder die dritte folge hintereinander kalk wir nehmen das mal mit so jetzt können wir hier das ganze einstellen ich mach mal erst 10 weil ich mir das gerade noch mal eben anschauen wollte wie es nochmal richtig funktioniert also der schießt nach rechts der schießt dann nach unten das passt und da kommt es an so da wird das erste uran jetzt geholt da wir jetzt gleich nicht jedes mal wegen zwei kilo loslaufen sollen machen wir das mal so ach ja stimmt jetzt weiß ich auch wieder wie das funktioniert aber hier entsteht auch strahlung das heißt wir müssten hier eigentlich auch mit einem schutzanzug arbeiten so dann mal gucken was ist denn jetzt hier hat er das schon direkt abgeschossen ja was ist hier angekommen 8,4 ok worunter war denn jetzt noch uran erz da und das hier ist angereichertes uran hier geht jetzt nicht mehr so viel durch aber wenn man da dauerhaft forschen soll ist auch das glaube ich besser mit einem schutzanzug wie sieht es denn überhaupt aus jetzt mit unserer aktuellen forschung also wir haben das fertig wir warten im grunde nur auf die atomforschung also wir können die schutzanzüge erst bauen wenn wir das hier gemacht haben dann wir haben so dass jetzt auch erstmal durchziehen das nützt ja nix angereicherte uran abgereichertes oh wer lesen kann ist klein vorteil schmelzpunkt ist bei 130 grad was können wir damit denn noch machen das ist ein veredeltes metall ok also einfache dinge in an orten wo es nicht so warm wird da kann man das tatsächlich dann sogar gut benutzen ihr könnt mir ja mal gerne was schreiben in die kommentare wo ihr das benutzt das abgereicherte uran benutzt ihr das überhaupt oder lasst ihr es einfach liegen oder was macht ihr damit ja so ganz viel strahlung kommt hier nicht an hatten wir nicht hatten wir nicht hatten wir nicht einen unserer duplikanten jetzt ist das fenster wieder so groß ich muss schon dass das fenster nehmen ich schaue so noch mal alle durch war da nicht irgendwas mit ernährt sich von strahlung oder so da strahlenschlucke harry fox ok harry fox sind forschung auch ok und dann landwirtschaft und viehzucht okay das macht aber schon sinn dass das hier und auch das hier eigentlich habe ich das hinzukriegen bräuchten wir dann hier auch entsprechende zugangsberechtigung und natürlich dann auch die prioritäten bedeutet im umkehrschluss dass wir dann eventuell für die landwirtschaft zu wenig haben wenn ich das jetzt hoch setzte bei harry fox das machen wir dicht das machen wir so dicht und da darf erstmal nur fox durch dann machen wir das auf eine achter priorität da darf niemand durch und da dann auch erstmal nur harry fox durch und dann stellen wir das ding ebenfalls auf eine achter priorität da haben wir dich so aufträge was so toiletten erholen und dann fabrizieren ok manuela teilchen blitz generator und die produktionsversorgung dafür und dann wird da sicherlich auch dazu kommen die das forschungsterminal wenn das ganze denn dann auch erforscht ist schön das heißt da haben wir auch noch mal einen ganz guten weg gefunden wir mit der strahlung die hier ja ein bisschen zumindest entsteht umgehen können das ist auch kein größeres problem wird das sollte eh bedienen da machen wir es mal so julian was mit dir denn jetzt gefahrgut graben ich glaube da gibt es auch noch chorium bergbau das gibt es noch nicht oder wüsste nicht was uns das bringt können hier das noch machen dass er noch ein bisschen mehr tragen kann aber das hier gibt mehr athletik machen wir das kerstin noch mehr fürs bedienen bei conny wie gesagt ich habe jetzt ich nehme wieder zwei folgen am stück auf deswegen kann ich auf die antworten zum letzten video noch nicht darauf eingehen aber wenn ihr da mir noch nichts geschrieben habt in bezug auf was da noch sinn macht an punkte verteilung haut gerne raus und dann schauen wir beim nächsten mal denke ich ob sich das mit mit meinen eindrücken deckt so jetzt wollten wir noch den raum hier im grunde kopieren ich würde ihn dann nur ein bisschen weiter nach rechts setzen und ein stück weiter nach oben und schaue ich mal eigentlich hätte ich das auch einfacher haben können so den rest würde ich aber mal so lassen wie es ist der wasserstoff wird ähnlich so heiß sein das heißt weil wir könnten ja jetzt theoretisch zeitnah hier auch stahl herstellen um das ganze dann auch zu nutzen eisenerz muss natürlich ein bisschen im auge haben dass ich da nicht alles verbrate in eisen 500 kilogramm blei da kriegen wir auch nicht viele schutzanzüge raus haben wir überhaupt schon eine schutzanzug schmiede ne ne kommt die mal nach dort das ist eh so nach ja stelle in die nicht so ganz oft genutzt wird dann könnten wir noch ergänzen hier einen duplikanten sensor und ich würde sagen den machen wir auch hier hin oh was sehen wir denn da da äh da gibt es ja Funken Funkenflitzer sehr schön wie kommt Harry Fox hier zurecht 4 von 20 ok das zieht sich tatsächlich ein bisschen hin äh aber ah wir könnten natürlich später den Bereich hier noch mit einem Keuchwurz ergänzen der alleine schafft ja schon deutlich mehr als unsere ganzen äh als unsere ganzen Leuchtkäfer ne hm wäre sicher nochmal eine schöne Ergänzung für das ganze so äh den Weg hierher den planieren wir auch mal ja ja doch so das bedeutet dann dass der weg kann und der wir hier in der Leiter bräuchten um da dann noch hoch zu kommen aber hier wird eh nicht mehr so ganz viel verschmutzter Sauerstoff so entstehen weil der muss ja hier an dem lufterfrischer vorbei um hier raus zu kommen und der Druck hat sich hier schon ja zumindest so weit gesenkt dass wir keine na noch nicht ganz ein bisschen ein paar geplätze Trommelfälle wird es noch geben deswegen warten wir dann doch noch einen Moment damit äh hier oben ist noch das ganze nach wie vor Thema dann platzieren wir mal dort noch zwei plus hier einen dann sollten wir es auch haben ne dann würde ich den hier jetzt doch schon mal her gehen und das auch weiter bauen so Hm. Hm. Oh. Julian. Äh. Bist doch Julian, hm? Ja. So. Selber gerettet. Phew. Überall liegt verschmutzte Erde und so ein Zeus rum. Aber das könnte doch eigentlich, ja okay, es könnte da verarbeitet werden, wenn das nicht ausgelastet wäre. Ah, erhöhen wir das nochmal ein bisschen. So, das können wir. Ähm. Ist das eigentlich groß genug, habe ich gerade schon nochmal drüber nachgedacht. Aber ja, ich glaube schon, wir pumpen im Grunde nur den Wasserstoff hier rein, den wir von, äh, von unseren, äh, na, Elektroleisern gewinnen. Und das als einziges dann da rein. Da wird der eine Auslass auf jeden Fall reichen und zwei Pumpen auch. Tendenziell ist sogar so ein bisschen meine Idee, wenn wir das schaffen, ähm, mit dem Strom, den wir haben, dass ich den Wasserstoff später spare. Das wäre, dass wir den für Raketen dann haben, wenn es soweit ist. So, hier hatte ich jetzt. Gerade noch ein paar Aufträge abgebrochen. Ich glaube, der Stromkreis hier wird auch irgendwann an seine Grenzen kommen, ne? Okay. Okay. So, wenn Kerstin überall baut, das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Ähm. Zwölf bauen. Aber narkoleptisch. Narkoleptisch ist, ja, Biogefährdung. Und auch sonst jetzt nicht so... Ne. Wir nehmen den Dünger auch, wenn das nicht der Oberbürner ist. Und ich dann oftmals sowieso nicht nutze. Wie weit sind wir immer noch bei 4 von 20? Aber wir haben 84 Teilchenblitze. Da müsste ich den theoretisch noch ein bisschen höher setzen. Das Airy Fox 1 immer eher... Das wundert mich jetzt. Wieso hat er denn das Teil nicht? Ach, klar, weil ihm dafür die Forschungspunkte fehlen. Ja, natürlich. Okay. Das heißt, wir müssen Kerstin da auch durchlassen. Schauen wir uns das mal eben an, ob es hier... Ach, da kommt gar keine Strahlung an, wenn der runterschießt. Na, umso besser. Dann können wir das ja ruhig so lassen. Ich glaube, pro 10 Punkte gibt es hier einen. Einen Skill, dann reicht es noch nicht so ganz. Aber wir kommen der Sache näher. Was glaube ich hier nochmal Sinn macht, das zu öffnen, dass hier CO2 runter könnte und der auch hier dann umgewandelt wird. So, wird das jetzt schon hier? Ne, noch nicht. Das geht wahrscheinlich auch so wie die anderen Sachen im Kreis, ne? Von da, wo man anfängt, suchen die sich immer die Aufträge, die am nächsten dran sind und bringen es von da dann weg. Okay, hier ist der Großteil der Metallärzte schon mal weg. Ist auch gar nicht mehr so viel Eisenherz. Hier war durchaus nochmal ein Schwung, den wir wegschaffen können, aber man sieht schon, ne? Doch, hier war doch noch jetzt ein bisschen was. Also da war so veredeltes Metall mit Wein. Ja, alles gut. So, ähm. Erkunden ist so ein bisschen eingeschlafen. Dadurch, dass ich hier nicht weitermachen wollte, um den Wasserstoff nicht noch weiter weg zu treiben. Und wenn ich das hier so sehe, das verteilt sich ja auch schon nach hier. Sollten wir das vielleicht dann jetzt mal als nächstes mit in Angriff nehmen. Äh, wir haben was hier gelöst. Okay. Gaselementsensor, wenn wir den da hinpacken, dann sollte das passen. Führen die Leitung hier runter. Aber ich würde auch, ups, auch hier dann nochmal hergehen und da einen Filter bauen. Was war das denn für merkwürdige Bewegung, die Conny da gemacht hat mit seinen Armen in der Luft? Das sah durchaus ein Stück weit mysteriös aus. Äh, wichtiger ist mir eigentlich das hier innen drin erstmal. Damit wir das abschließen können. Achso, wir können hier schon mal alles rausräumen lassen. Haben wir überhaupt noch Platz hier? Ah, das habe ich mir gedacht. Hm. Platzieren wir hier nochmal ein paar. So. Genau. Den Alarm. Das hätten wir uns ja eigentlich sparen können. Das brauchen wir hier nicht. So. Achso, die sind auch gleich gebaut. Aber das ist wahrscheinlich das nächste was jetzt kommt, ne? Genau. Na, oder auch nicht. Wahrscheinlich durch den Gong gerettet. So, das Wasser hier ist. Au. Okay. Das ist jetzt gerade erstaunlich. Äh, dann würde ich den hier wahrscheinlich einmal zerlegen. Dann haben wir hier gleich eine, hoffe ich, dass das noch so ist. Eine Flasche mit 5000 Liter Wasser. Die wir dann nach und nach für alles mögliche nehmen können. Und bauen dann einen neuen Tank auf. Ja. Da steht die Wasserflasche. Sehr schön. So. Ist gebaut. Ich nehme dann mal lieber die Einstellungen. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Wir können ruhig die hier nehmen. Äh. Ohne den Aufbauauftrag. Weil wir haben ja hier einen recht hohen Auftrag eingestellt. Dass das dann trotzdem gemacht werden könnte. Hm. Ich überlege gerade, wie ich das hier mache mit dem Wasserstoff. Ob ich von dort aus mich durchgrabe, dass der auch dann nach oben ziehen kann. Oder ob ich das hier gerade durch mache. Ich glaube, ich bevorzuge eine Variante so von hier aus. So quasi. Ja. Ja. So. Wir können jetzt da den reinpacken. Wir können hier Wasser bringen. Da hat jemand geschlafen, ne? Würde ich mal so sagen. Brauchen wir? Gar nicht. Ich dachte, das sei gerade... Och ne, ne? Ja. Ja, ja, ja. Äh. Das ärgerliche ist, ich wollte eigentlich sowieso gerade Ende machen. Hätte ich das vor der Aufnahme, hätte ich mir das angeguckt, wäre mir das vielleicht nicht passiert. Aber, naja. Achso. Das geht jetzt auch nicht. Das müssen wir nochmal zerlegen, weil wir auch das aufmachen, aufwischen müssen. Gut. Ich glaube, wir machen genau das, was ich eigentlich vorhin schon machen wollte. Nämlich Ende für heute. Ähm. Dann schaue ich zum nächsten Mal, was ich mir noch so für kleine Fallen eingebaut habe. Und dann geht's hier an der Stelle weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ja, vielleicht habt ihr gleich im Auto noch ein Video, das euch gefällt. Schaut gerne dann da auch nochmal rein. Und dann bis demnächst. Tschüss. Tschüss! Musik